Oh, yeah. Okay, ich bin dran. Glaube ich irgendwie nicht. Nein, ich war für's Platz. Dieses Game ist so... Okay, da wir ja jetzt alle doch in einen Server gekommen sind und ich noch nicht im Bett bin, herzlich willkommen auf SICK Enterprises. Wo wir exklusiven Beta Alpha-Futage zeigen. Nein! Nie gesehen, wir sind hier gerade in den Headquarters von Epic Games zu Gast. Ja, genau. Dort haben wir exklusiven Zugriff zu Unreal Tournament 4 2015 Alpha Pre. Ich hab dir jetzt Quickscore-Fans schon gegeben. Ich sacke so hart in diesem Game, das ist echt Wahnsinn. Ich sacke so. Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war... Das war nicht... Das war nicht... Das war... Du bist so alt für das Spiel, Chris. Ich glaub's auch. Wie ich der Alpha Instant gebe. Ich verkacke gegen echt jeden, aber sobald du mir interessiert, warum es geht nicht so. Warum wechselt er auf der Sniper, der Spaced? Okay, um jetzt ein bisschen Curiosity wieder rauszunehmen. Seriously? Das Spiel ist... Gratis. Gratis. Genau, ladet es euch runter. Wir können ja auch mal Link in die Beschreibung. Ja, wir können ja auch mal Link in die Beschreibung. Die machen wir auf jeden Fall ein, weil ich vergessen, wie die Website heißt. Ne, Unreal Tournament.com, glaub ich. Oder Epic.com, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so was. Ich dachte, ich hab's irgendwie von Unreal Tournament Block und das so irgendwie runtergeladen. Ja, irgendwie so. Ne, das ist ja schon richtig. Oh, fuck. Na, du, ich war doch so knapp davon. Ich seh keinen, wo seid ihr alle? Wie viel Glück kann eine scheiß Person haben? Wie, wie du mit der Fresse auch voll in das Helfdecke rutscht. Wie macht man auch mal, dass die Kugeln so cool am Boden gleiten? Muss ich da echt jedes Mal einzig drücken, dass ich keine gedrückt habe? Boah, ich weiß das nicht mehr, dass die so gleiten. Die, diese Bio-Gunder ist extrem scheiße, aber extrem, hat extrem viele Modi. Jede Waffe hat so ein, zwei Modi. Die Bio-Gunder nimmt so fünf Millionen. Und ich hab mich... Fünf Millionen? Gefühls. Boah. Also zu sagen, es läuft auf der neuen Unreal Engine Schlag nicht tot. Wie fühlte das hier? Ja. Hier. Und das sieht einfach... Kammer nochmal hier. Unreal Engine. Also entweder ihr habt einen Biest-Rechner oder ihr habt keinen Biest-Rechner. Ich weiß nicht. Wie das mit Nicht-Biest-Rechnern funktioniert. Ja. Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Ich hab's auf Medium eingestellt und das läuft superflüssig. Und das sieht super hässlich aus, oder? Nö, also es sieht jetzt nicht nice aus, aber... You found out you can't fly. Vor allem die Konturen könnten ein bisschen geiler sein, aber... Ich seh nur im Killfeed wie sich Pferd selber getötet hat. So nice. So nice ist was da, stand dass ich runtergefallen bin. Stand da... You found out you can't fly. Ja, ich hatte das vorhin auch. Da bin ich von irgendwo runtergefallen, weil ich halt ein HP hatte oder so. Ich finde das aber mit dem Rockets noch geiler. Wenn du dich mit dem Rockets selber tötest, dann kommt so... Rockets are explosive, you know? Das ist so... Ah, ich finde den Humor super. Er gibt mir halt mit der scheiß Link-Gun. Gefrackt hab ich ihn. Die Link-Gun ist so ein linkes Scheiß-Gun. Ich liebe die Link-Gun. Was? Die ist so sinnlos. Die scheiß Link-Gun macht ja leider keiner mehr Schaden. Ähm... Die Mini-Gun ist der größte. Ich liebe Link-Gun und Mini-Gun. Das ist meine zwei Lieblingswarten. Das ist so drauf-spam. Ohne Sinn einfach. Rockets is skill, yo. Nee, bei denen muss man... Ja, cool, die Rockets natürlich auch. Aber bei den Link-Gun und Mini-Gun mag ich aus dem Grund... Wie ich dich wieder aus... ...konstantes Aim haben. Alles Glückchen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Warum nicht hochgejumpt? Ja, Scheiße. Da ist schon wieder Rockets high-explosive, you know. Weil ich halt den Typen gefiltert hab und er ist so zu nah an mir dran stand. Oh Gott, das ist mein Name scheiße. Alter, wo warst du? Hinter dir. Echt? Ich hab dauernd auseinandergenommen von den... Von diesen... Ich hasse die Flag-Kanon, die ist... Ich find die so stark irgendwie. Oh mein Gott, mein Mann, 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 mein Mann. Oh Gott. Oh fuck, ist es... Seriously? Hier ist die größte Kiste überall. Oh mein Gott, Hilfe, zu anstrengend. Wo ist die Ding? Komm schon. Threader. Vergifte, los! Spür meinen Schleif! War mit Absicht so, äh... Oh Gott. Wieder davon gekommen. Blitz! Ich steh auf dir! Ah! Ich spawn und laufe einfach irgendwo! Alter, was ist denn hier los? Ich hab keine Waffe! Gott, Simon! Es gibt's doch nicht, dass ihr Shredded Yourself. Ah! You Shredded Yourself! Wie hast du das geschafft? Ich hab aus Chaos gegen die Wand geschossen. Und dann sind die zurückgeflogen. Weil ich vorbei geämpft habe. Wow, Dead Tactics von Psycho hier. Siehst du? Da siehst du, das war mit der Stinger... Was heißt der Dead Tactics? Das war mit der Stinger-Dock-Tür gekommen. Das war höchst effizient. Jetzt grad, jetzt grad krieg ich hart aufs Maul, Alter. Und ich komm auch mit diesen Dodge-Jumps nicht klar, Mann. Ich krieg die einfach nicht hin. Ich springe die ganze Zeit irgendwo rum, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Du spähst! BT! Nein! Oh, seriously, was zur Hölle geht dir nicht mehr vor? Wie der Kerl einfach mal 17-1 geht? Was ist denn mit dem nicht wichtig? Er hat die Frag-Skills, Joe. Ich kann mich noch genauer erinnern, als Shoot Mania rauskam. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, ich fliege höher, weil ich auf dieser Rampe war und dann gesprungen habe, gesprungen bin und dann... Was?! Alter! Der schießt den Refekt in den Lauf, das ist so... Der Typ ist der Knöller. Ich will nicht in den Spielen. Nein, wieso Spack denn jetzt meine Maus rum? Äh, nicht meine Maus, meine... Meine Tastatur, wie ich das hasse. Ich kann nicht mehr laufen. Goddam! Wo recht, meine neue hast du zu tun? Die sind aber schon zu alt. Es kann hier wieder nur so komisch nicht laufen. Was machst du hier? Ah, geh weg! Ich versuche hier dieses... Half-Pack aufzunehmen, irgendwie... Ich kariert mich wieder. Was so recht umsonnt ist. Ah, ich kann nicht schon wieder... Was? Der Typ hat einen Aim aus einer anderen Welt. Und du hast... Ne, du hast einen Move, ne? Ich habe Probleme hier, weil meine... Was? So, warte, wo waren hier nochmal... Die Medical Supplies... Supplies, Motherfucker! Nein, ich bin ein Idiot! Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich hätte dort rauskommen müssen, wo du rausgekommen bist. Da ist dieses Mega-Health-Ding und so. Das hat bestimmt zwischen der Sebo Twitch, der hat ja nicht, glaube ich, die Ahnung von dem Spiel. Oh, scheiße, Mann. Zack! Dann wird man wieder eingekesselt. Das ist so... Boah, mach halt einen Double-Kill mit dem Enforcer. Ich will nicht letzter werden. Geiler Typ. Geiler Typ. Hab geilen... Heute dieses Spiel mehr... Spielen. So, jetzt farm ich euch beide weg. Nein! Und dann kommt der Sebo. Wie scheiße. Und uns beide. Was ist denn los? Der ist richtig am Fall. You were killed by Crafting. Wenn man die ganze Zeit CSGO gespielt hat, dann ist das extrem... 33-3, das mussten wir mal geben. Ich platze nur noch. Der hat auch irgendwie... Die Panzerung des Lebens hat er an. Ich glaube, der Cheat liegt. Der weiß halt, wo das ganze Zeug liegt. Dacked! Alter, wir... Der kann die ganzen Jumps, nehme ich an. Ja, und der weiß halt, wo das höchste... Ich weiß, wo das Mega-Health liegt. Der weiß, wo die Red-Armor ist. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. Aber das ist alles Quake. Wie bist du an dem vorbeigekommen? Du bist einfach abgeboren. Das ist ja alles. Hä? Was? 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 First kill. Yes. Was? Alter, was hier wieder los ist. Danke. Die Flag-Hen ist viel zu stark. Das ist die Action-Shit. Die Flag-Hen ist richtig geil, man. Alle Waffen sind richtig geil. Außer Bio-Rifle. Bio-Rifle und Linkern sind einfach... Nee, die Linkern sind... Ich weiß, dass sie zwei Feuer-Moodi hat, die man halt, wenn du das hier gut weißt, welche man wo benutzt kann, mit der Entry-Schaden machen. Ja. Komm doch nicht so nah ran, du Spaced! Bist du denn jetzt wieder hin? Und dann kommen noch drei andere und du verlierst einfach völlig jeglichen Überblick. Was? Der hat halt Due Damage. Dann gibst du mir Munition aus! Wie viel Leben hat der denn noch? Wieso sehe ich das nicht? Ohhhh. AIM! 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 Jaa, cooler wase habe ich ja meine Tonspuren meine... Dinke trennt, sodass das geht! Ja, fast bei jedem auch, ach egal. OOW, weil du halt Spawn Protection hattest, du Assi! Was ist denn mit dir los? Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe! Ich bin nicht stirbt! Yes, seriously! Ich dood you! Nein, das hätte ein Triple-Grid werden können, wenn man Aim nicht so scheiße und ich nicht so scheiße. Gib mir die Rocket! Bitte. Ne, er wählt sie nicht aus der Space, weißt du? Er bleibt bei der scheiß Pistole. Äh! Pistole ist ja viel... Joa! Beflossen, Mensch. Ich bin nicht letzter geworden! Ja! Ich bin erster! Also abgesehen von... Aber ich bin auch noch Plus gegangen, was ich ziemlich cool finde. Also ich finde, für mein viertes Match war das jetzt okay, ja? Wie viel habe ich? Ach, bin ich tatsächlich... Nein, warte, ich will meine Player-Info sehen! Ja, spackt alles rum! Ich interessiere die anderen noch nicht! Oh, ich bin dezent oft gestorben!